Jo, hallo und servus und herzlich willkommen zu einem kleinen, ja, Kanalvideo zur Weihnachtszeit und das ist nicht nur um euch meine, ja, Weihnachtswünsche zu übermitteln, sondern auch um anzukündigen, dass es jetzt dann erstmal wieder, ja, zwei Wochen Pause gibt, ich verziehe mich in Richtung Bodensee, mal ein paar Tage entspannen, über die Weihnachtsfeiertage hat man dann ohnehin keine Zeit zum Aufnehmen, danach, wie gesagt, bin ich ein paar Tage weg, für euch geht es dann weiter am 9. und 10. Januar, das müsste dann dieses Wochenende, Samstag, Sonntag sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und da geht es dann ganz normal weiter, das heißt, ihr habt jetzt über den Weihnachtsurlaub auch schön die Zeit, euch meine ganzen alten Videos anzuschauen, falls ihr nichts Besseres zu tun habt und ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal reinklickt. Genau, was erwartet uns nächstes Jahr, wollte ich auch noch kurz drüber sprechen, ich habe noch einiges gerade am Laufen, kürzlich losgegangen, ja erst anno 22.05, das wird mit Sicherheit noch etwas dauern, wenn wir da aber damit durchkommen und ich denke, das schaffe ich im Laufe des nächsten Jahres, dann geht es an der Stelle erstmal weiter mit City Skylines, mal zu gucken, was hat sich da getan, vielleicht gibt es bis dahin auch mal wieder ein neues DLC oder ja, bestimmt ganz ganz viele tolle neue Sachen aus dem Steam Workshop. Da werden wir dann mal wieder reingucken, dann werde ich sicherlich Elite Dangerous noch eine ganze Weile weiterspielen, da gab es jetzt dann ein Add-on, dürftet ihr dann auch das erste Mal sehen, jetzt gleich zu Anfang des nächsten Jahres, das Add-on Horizons, mit dem man dann auch auf Planeten landen kann, es gibt dann auch so, ja, Mond-Buggies, nenne es jetzt mal, mit denen man dann auf dem Planeten so ein bisschen roomcruisen kann, das werdet ihr auf jeden Fall sehen und dann machen wir mal, was mache ich weiter? Ich mache weiter mit Age of Wonders 3, da werden wir auch mit ganz großer Sicherheit fertig werden, jetzt dann gleich Anfang des nächsten Jahres, da bin ich mal ganz optimistisch. Wie geht es dann noch weiter? Da bin ich noch ein bisschen unentschlossen, wie ich da weitermache und da würde ich mir auch einfach wünschen, dass ihr dann mal, wenn Interesse besteht, wenn ihr da eine Meinung dazu habt, das einfach in den Kommentaren hinterlasst. Also ich möchte auf jeden Fall an der Stelle dann auch mit einem Strategiespiel weitermachen. Frage ist, wird es Europa Universalis 4? Da hätte ich mal Lust drauf, eine Partie, eine komplette Partie zu spielen. Bislang habt ihr ja immer die Partien zusammen mit dem lieben Sifpuck gesehen. Das pausiert jetzt aber auch schon wieder eine längere Zeit. Ist einfach total schwierig, dass wir beide mal wirklich zusammen finden. Wir haben so, haben wir festgestellt, gerade unter der Woche, ich meine, wir sind beide berufstätig, einen sehr, sehr unterschiedlichen Tagesrhythmus. Mein Tag ist so ein bisschen nach hinten verschoben, seiner ändert ein bisschen früher als meiner, von daher ist das ein bisschen schwierig, da eine gemeinsame Zeit zu finden. Vielleicht kriegen wir das jetzt mal hin während der Urlaubszeit, um mal wieder so ein, zwei Folgen, ein, zwei, drei Folgen aufzunehmen. Gucken wir mal. Auf jeden Fall möchte ich Europa Universalis 4, beziehungsweise das würde mir, glaube ich, Spaß machen, mal eine komplette Singleplayer-Runde aufzunehmen. Also wenn ihr da auch Lust drauf habt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Alternativ dazu habe ich, und jetzt muss ich mal kurz auf meinen Desktop-Luken, komplett noch ungespielt, eigentlich Total War Rome 2, die Emperor Edition. Die gab es mal irgendwie im Steam Sale, da habe ich zugeschlagen. Habe es aber noch nicht gespielt, würde ich aber sicherlich auch mal gerne ausprobieren, mal antesten. Das wäre dann auch so eine andere Alternative, wenn Age of Wonders 3 dann ausläuft. Age of Wonders 3, ich meine, das wäre auch noch eine Alternative, dann auch die andere Kampagne zu spielen, die Staatenbund-Kampagne, beziehungsweise die Kampagnen oder die Szenarien, die durch die Addons dazugekommen sind. Wäre vielleicht eine Idee dann irgendwann für die Zukunft, aber jetzt möchte ich dann erstmal was anderes machen. Nichtsdestotrotz sollte euch Age of Wonders 3 dann gefallen haben, wenn ihr das wiedersehen wollt, schreibt es gerne auch hier in die Kommentare oder was mir dann natürlich noch mehr Aufmerksamkeit schenkt, sage ich jetzt mal, oder was noch mehr Aufmerksamkeit bringt mir gegenüber, wenn ihr dann, sagen wir das letzte Age of Wonders Video, das Finale dieses Let's Plays dann auch ordentlich eure Likes hinterlasst, dann ist das für mich ein Zeichen, okay, es hat gefallen und dann werde ich das mit Sicherheit auch nochmal machen. Was haben wir sonst noch so laufen? Divinity Original Sin, das wird sicherlich noch eine ganze Weile gehen, da hatte ich wirklich keinen belassen Schimmer davon, wie lange dieses Let's Play überhaupt gehen wird, aber ich bin auch mal ganz optimistisch, dass wir das im Laufe des nächsten Jahres hinbekommen. Ja gut, da habe ich mir auch schon die Frage gestellt, was machen wir danach? Ich habe noch ein ähnliches Spiel auf der Festplatte auch noch umgespielt, das wäre Wasteland 2. Ähnliches Spiel eigentlich, nur mit einem komplett anderen Szenario, das ist so ein bisschen postapokalyptisch, soll ein sehr, sehr gutes Spiel sein, das wäre eine Alternative. Andere Alternative wäre, dass ich mal wieder so ein Point-and-Click-Adventure-Spiel, ich denke da an die Das Schwarze Auge Reihe, auch aus dem Hause Daedalic. Da habe ich schon, die Teile habe ich schon gespielt, würde mir aber extrem viel Spaß machen, das auch mal wieder zu tun. Das wären so die zwei Alternativen. Und naja, vielleicht noch eine dritte Alternative und jetzt kommt dann eine große Neuerung, eine große, riesengroße Ankündigung für nächstes Jahr. Ich habe mir nämlich eine Elgato Game Capture Card besorgt. Das heißt, ich kann jetzt auch meine Konsole, also meine Playstation 4 aufnehmen und habe dann hier auch schon ein Spiel liegen, das ich unbedingt mal spielen möchte und das ist Fallout 3. Ich weiß, da gibt es schon tausende, tausende, tausende Let's Plays da draußen zu diesem Spiel, aber gut, das interessiert mich jetzt eigentlich eher nicht. Ich möchte eben die Dinge spielen, die mir Spaß machen. Das würde mir mit Sicherheit Spaß machen und ich denke, das wird auf jeden Fall mal anlaufen. Was ich ein bisschen privat immer noch so auf der PS4 gerade spiele, ist Witcher 3. Das hätte ich vielleicht auch gerne aufgenommen, das macht mir auch unheimlich viel Laune, aber da bin ich jetzt schon mitten im Spiel drin, von daher wäre das ein bisschen ungünstig. Aber wie gesagt, in Zukunft könnt ihr auch erwarten, dass ein bisschen PS4 beziehungsweise Konsolen-Content dann noch auf meinem Kanal läuft, sollte ich dann in einigermaßen guten Qualität hinbekommen, das Rendern und den ganzen anderen Kram mit dieser Elgato Game Capture Card. So, habe ich jetzt irgendwas vernachlässigt? Muss ich mal überlegen. Ja genau, wir haben ja auch noch Sorcerer King laufen. Was danach kommt, weiß ich nicht. Da an der Stelle vielleicht dann wirklich einen PS4-Titel mal gucken. Ansonsten hätten wir noch solche Dinge wie Off-World Trading Company, wo es schon mal einen ersten Einblick gab, aber die Vollversion des Spiels ist glaube ich auch noch nicht draußen. Ich könnte natürlich auch mal gucken, dass ich irgendwann wieder Galactic Civilizations 3 weiterspiele. Also viele, viele Möglichkeiten und wenn ihr eine Meinung dazu habt, wenn ihr irgendwas unbedingt sehen möchtet, dann einfach mal in die Kommentare schreiben und wenn ich es oft genug höre, dann werde ich das sicherlich irgendwann mal realisieren. Okay, wow, das ging jetzt auch schon wieder acht Minuten. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man so ein bisschen stupide vor sich hin labert. Okay, was ich eigentlich sagen wollte oder was ja der eigentliche Sinn dieser ganzen Sache war, wie gesagt, jetzt ein kleines Päuschen. Weiter geht's dann am 9.10. Januar. Ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Weihnachten, schöne Feiertage. Rutscht gut rüber ins neue Jahr 2016 und dann sehen wir uns dann wieder. Macht's gut, bis bald und Servus!